Hier in Oberwart, ich muss sagen, wir haben ja schon viele eröffnet in Oberwart, aber auch Hundesportteile haben wir noch nicht dabei gehabt. Und wir haben in Oberwart ca. 70 Vereine und das ist jetzt auch als Verein geführt. Und ja, das ist eine Bereicherung für unser Vereinsleben in Oberwart und das freut uns natürlich sehr. Es sind ja sehr viele Menschen und Besucher heute da nicht von Oberwart. Nur ganz kurz, Oberwart, wir sind 7800 Einwohner, das sind ja die Wirtschaftsmetropole der Südburgenjanz. Wir sind eine Sportstadt, eine Messestadt, eine Schulstadt und eine Einkaufsstadt, eh auch kein jeder. Ich glaube, von Mittelburgenjanz bis zum Südburgenjanz und Nordburgenjanz. Und ja, es freut uns, dass euch Oberwart ausgesagt habt, mit dieser Hundesportteile scheint, dass der Böllhans einen Platz kaputt hat für euch. Ich meine, er wird auch kommen, aber ich glaube, er wird noch kommen. Und ich will jetzt der Vorstellung nicht so länger hinwegstehen. Ich sage nur Danke, dass ihr mit euren Vereinen hier in Oberwart Sesshoff geworden seid. Ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Viele Hunde, viele Kunden und dass die Hunde etwas lernen. Ich selbst bin auch Hundebesitzer. Ich habe auch ein paar der Kollegen, ein ganz intelligentes Tier, muss ich sagen. Wir erinnern mich an meinen, wie er ein Kleiner war, wenn ich den Kleiner gesehen habe. Aber wachsen tut es schnell. An Anfang sind es wirklich ein bisschen extrem... Ich habe mir da viel zu angerissen, muss ich sagen. Jetzt ist er brav. Ich habe es dabei gebracht, dass er brav ist. Ich habe es nicht so schlecht gemacht, glaube ich. Alles Gute, in Oberwart und viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Einwohner haben wir aus dem Dorf bearchtlich viele Mitglieder, wo ich ab und vorhin auch da bin. Mit meinem großen Hunde, ich kann sagen, Kavir, ich bin Charles seit einem Jahr, bin ich auch da dabei. Und die Hunde-Schule selber haben wir eigentlich nie Probleme gehabt. Wir sind froh, dass wir sie da haben. Es sind viele junge Leute engagiert. Damit ist hier gemeint, der Joghurt jetzt wird, und dann ist auch ältere gesetzte Leute. Also ich zum Beispiel, erst voriges Jahr dazugehangen. Ich meine, zehn Jahre hat die Gitte schon gesagt, dass wir den Verein brauchen. Wir werden das Kavir entfeiern. Heuer reinnehmen. Und es freut mich, dass wir jetzt eine zweite Standzeit haben, mit der Halle da. Und ich wünsche dir, uns, allen ein gutes Gelenken und ein Süß. Danke. So, jetzt möchte ich mich bitten, den Niki.